In diesem Abschnitt soll ein erstes Makro aufgezeichnet und anschließend ausgeführt werden. Wir haben Excel hier bereits geöffnet, erzeugen eine neue leere Arbeitsmappe und schreiben dann in die Zelle A1 einfach mal einen beliebigen Text hinein, klicken dann einfach mal in eine andere Zelle. Das mache ich jetzt auch ganz bewusst, weil ich möchte halt später die Zelle A1 anwählen und das soll dann auch schon Bestandteil des Makros sein. So jetzt soll innerhalb dieses Makros der Inhalt der Zelle A1 zur Zelle C1 kopiert werden. Was wir dazu machen müssen, wir gehen auf das Menü Ansicht, haben dann hier den Button Makros. Wenn wir dann hier drauf gehen, dann haben wir hier einige Menü Einträge, unter anderem Makro aufzeichnen, da gehen wir jetzt drauf. Dann wird uns hier ein Makroname vorgeschlagen, der Name Makro 1. Tastenkombination interessiert noch nicht. Das Makro soll gespeichert werden in dieser Arbeitsmappe, da gibt es auch noch einige andere Möglichkeiten, die werden wir später auch noch kennenlernen und dann könnten wir hier auch noch eine Beschreibung eingeben. Wir können aber eigentlich die Einstellung soweit stehen lassen, gehen auf OK und ab diesem Moment wird das Makro aufgezeichnet. Das kann man auch schon daran erkennen, dass hier unten dieses Quadrat erscheint. So, als erster Schritt soll ja die Zelle A1 markiert werden. Dann möchte ich den Inhalt dieser Zelle auf die Zwischenablage kopieren. Das kann man entweder übers Menü machen oder über die übliche Tastenkombination, also STRG-C. Jetzt sieht man ja auch schon anhand der umlaufenden Linie, dass der Inhalt dieser Zelle auf der Zwischenablage liegt. Dann wählen wir die Zelle C1 an und mit STRG-V wird der Inhalt der Zwischenablage hier hinein kopiert. Dann gehen wir wieder auf diesen Button und sehen jetzt hier steht Aufzeichnung beenden, weil wir uns ja in einem anderen Status befinden. Da gehen wir drauf. Unten, das hat sich jetzt auch wiederum geändert und unser erstes Makro wurde aufgezeichnet. Jetzt möchte ich das auch einmal ausprobieren. Bevor ich das mache, werde ich einfach hingehen und die Inhalte dieser Zellen löschen. Dann schreibe ich hier mal einen anderen Text hinein. Zum Beispiel das Wörtchen Welt. Gehe dann hier wiederum auf Makros. Dann hier auf den oberen Punkt Makros anzeigen. Dann werden mir die Makros in dieser Arbeitsmappe angezeigt. Bisher gibt es da nur eines, nämlich das Makro 1. Das ist auch schon markiert. Und dann gehen wir hier auf Ausführen. Und dann sehen Sie, wurde der Inhalt der Zelle A1 zur Zelle C1 kopiert. Das ist also jetzt immer wieder wiederholbar und wie gesagt innerhalb dieser Arbeitsmappe abgelegt. Untertitelung des Zelle C1 Untertitelung des Zelle C1 Untertitelung des ZDF, 2020